Hallo, im heutigen Produktvideo geht es um unsere Tortenplatte, Partyplatte, auch genannt K.A.S. für alle K.A.S. Fans. Und zwar haben wir eine ganz tolle Tortenständer, weil man an sich schon ganz viel Mühe gegeben hat und eine ganz tolle K.A.S. Torte oder Muffins gebacken hat, möchte man die vielleicht auch hübsch präsentieren. Und dafür haben wir hier eine Tortenkuchenplatte. Das ist dann hier nochmal mit dem Aufkleber auch gezeigt, wie einfach die zusammenzubauen ist. Wollen wir mal schauen. Die werden einfach nur zusammengesteckt. Ob du das hinkriegst. Ja, das ist recht, wo hinkriegt. Ja, und das sind hier die beiden Einkerbungen. Die schiebt man einfach nur ineinander. Dann steht die, setzt die Platte rein. Hier sind die Einkerbungen. Da kann man die dann einkeben. Dann hängt die da drin. Schön. Hier bei den letzten dann auch ein bisschen. Ja, siehst du ja auch. Alles einfach. Schön stabil ist. Dadurch ist sie stabil. Dadurch kann sie auch nicht verschieben, weil die Einkerbungen da drin sind. Ja, und dann habe ich einen ganz tollen K.A.S. Tender, wo ich jetzt Muffin, Cupcakes draufstellen könnte. Oder aber auch hier dann noch die tolle K.A.S. Torte auf dem K.A.S. Tender für die Kinder, der hier einleit. Der Hingucker des Tages. Ich bin wieder zurück aus der Schaffenspause und ich hoffe, ihr habt mich schon vermisst. Ja, ich freue mich wieder, euch neue Tipps und Tricks zu zeigen. Und heute möchten wir mal über die neuen Tönen, die im Umlauf ja sehen.